Ich interessiere mich für Politik, weil ich etwas für das Land tun möchte. Wenn ich nicht in den Bundestag gekommen wäre, würde ich jetzt als Wissenschaftler irgendwo Gleichung lösen. Wählen sollten wir alle, weil jeder das Recht hat, im Parlament repräsentiert zu werden und das macht man mit demokratischen Wahlen. Was sich in Deutschland dringend ändern möchte, ist die Steuerpolitik und Abgabenpolitik. Also jeder soll von seinem Einkommen auch leben können und dazu darf das Einkommen nicht zu stark belastet werden. Ich mache mir Sorgen, dass der Wohlstand in Deutschland bald nicht mehr in dem Maß da ist, wie er da ist. Ich stehe ein für die soziale Marktwirtschaft, wo jeder nach seiner Leistung bezahlt wird und den Schwachen geholfen wird. Ich habe mich für meine Partei entschieden, weil ich da die Werte von Freiheit und Wohlstand vertreten sehe. Die meisten Leute würden vermutlich nicht denken, dass die Arbeit im Bundestag so viel Sitzung erfordert und das Studieren von so vielen Papieren ist. Ich finde Ausgleich zu meiner politischen Arbeit in abendliche Spaziergänge im Wald. Ein Missverständnis oder Vorurteil, mit dem ich gerne mal aufräumen möchte, ist das Bild, das die AfD in der Öffentlichkeit hat. Jeder, der sich mal unseren Laden von innen anguckt oder Veranstaltungen besucht, wird ein ganz anderes Bild haben als das, was in der Öffentlichkeit besteht.